Mineral vorkommen, Herr Scherp. Mine unbewusster. Sooo... Ich weiß, dass die hier unten... Ah, tadaa... Ja, Gott. Ah, ich scherpste mal. Ich muss mich dazu bringen, dass ich meine Granal-Bannonen angucke, oder was zu löst werden. So... Wollen wir noch so einen? Ich hab grad ein bisschen Kleingeld übrig. Tun wir noch so ein paar. So, eine großzügige Spende, sollte das Spiel doch jetzt einfacher machen. So... Welches Kanal Banner überhaupt? Von welchem Kanal reden wir? Youtube? Twitch? Ja, wieso stehst du noch da? Ah, ist auch egal. Ich bin mir ziemlich sicher, ich hab mich da weggezogen. Aber auf mich hört ja keiner. So... So, jetzt mal das da ab. Jetzt ist auch Platz. Ja, ich weiß nicht. Kann man da überhaupt noch ein richtiges Banner machen? Bist du dumm da raus zu kommen? Ja, bleib halt da stehen. Okay. Boah, wir legen ja auch noch so ein Komplex hier an. Und sollen wir schon mal rein gehen? Brauchen wir auch schon in die Gebäude. Und dürfen euch halt nichts zu tun. Ich werd's sagen, weil ihr alle geistlich behindert gegen ihn glaubt. Da ist das Nadel braucht Platz. Platz brauche ich. Überleg dich doch mal weg. Schau aber dann aus. Ich bin auf das Nadel. Ich bin auf dem Treffen. Ich bin auf dem Treffen. Die Geräte. Aber den Tammeln darf ich noch nicht? Ich bin auf das Nadel. Was zum Fick greift mich denn dazu ein? Ah, das ist doch nicht wahr! Wart ihr das? Ihr war das, ne? Wahrscheinlich fand ich das jetzt meine eigenen Einheiten. Ja, meine eigenen Einheiten weiß nicht, dass meine Verteiligung wieder abgelehnt ist. Ich habe meine eigenen Einheiten, meine Basiserteiligung abgerissen, oder? Das darf doch auch nicht wahr sein. Flugrufe beschädigt! Flugrufe beschädigt! Ich könnte meine Verteiligung mal irgendwas tun. Du hast gerade an einer stehenden Einheit vorbeigeschossen, wirklich! Ist das gerade echt passiert, ja? Ach komm, Junge! Machst doch gar nichts mehr auf Twitch, aber beim Kanalbaner überarbeitest du, ich verstehe! Ah, Junge Leute! Oh, ich brauche das! Oh, ich brauche das! Einer weist das da ab! Und einer... ...baut dies hier! Oh, ich brauche das! Einer weist das da ab! JUNG, ich hab Kohle ohne Ende und trotzdem wächst nicht hin! Ich glaube ein weiterer Transport ist nicht möglich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt können wir das gleich aufhalten. Ich hab ja Scheiße gebaut. Ich muss euch einfach die fäten Einheiten machen. Lass Einheiten bauen. Das Geldproblem ist gelöst. Das war zweimal gestrickt. Ich kann mich nicht erinnern, aber ich irgendwie... Ja, geht ins diesste Loch. Da gehört ihr auch hin. Einfach ab mit uns ins diesste Loch. Ja, meine Verteidigung gradiert meine eigenen Einheiten aus. Ist doch schön. Guck mal auf die Schlüssel. Welcher Bau? Der doch schon mal nicht. Das passt da nicht mehr hin. Schade. Das passt da nicht mehr hin. Scheiße. Das ist ein bisschen schwierig. Ach, was ist das? Was ist das noch daneben? Komm schon. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dich! Was ist das noch ein Test war das? Bist du aber nur mainstream-restreamt, gibst du einfach zu. Ach, das hält einfach nicht alles. Jetzt muss mein Gorilla. Wieso bist du noch dahin? Wieso bist du noch dahin? Na geil! Und mein Gorilla ist wieder wer weiß wo! Wieso? Kann überhaupt sein. Das andere kriegst du mal irgendwas kaputt hier auch. Nein! Nein! Das ist ja richtig. Apropos. Ich wollte noch irgendwas kaputt schieben. Ich muss noch mal hin. Ich muss noch hin. Ich muss noch hin. Ich muss noch hin. Hab ich da in den kompletten Reinheiten kaputt. Wieso haben wir hier nicht gebaut? Und der kriegt wieder irgendwie in 2, 3. So wie wir in den 2 Tagen den Weg bringen nicht hin. Wo hast du das Ding da gekillt? Nein, das ist auch das nicht. Kannst du da sterben? Das ist nicht immer so wichtig. Das Gebäude ist auch tot, das ist ja festgelegt. Das scheint mit Lufteinheiten nicht ganz so gut zu funktionieren. Machen wir nochmal 2, das ist sicher nicht. Kann ich mal aufhören und immer wieder kaputt schießen. Das kostet doch Geld. Warum bist du da jetzt noch? Oh klar. Das weiß ich selbst nicht. Ich habe die extra erhöht gebaut. Trotzdem schießen sie ständig mein Zeug kaputt. Oh. Das ist ein 9 mit Fockzone. Ich muss sagen, mit aushaltenen finanziellen Mitteln ist das gar nicht mehr so schwer. Ach, ja. Ach, fickt euch doch einfach mal. Ich will nichts sagen, aber jetzt muss ich Angst haben, dass meine Verteiligung nicht hält, weil meine eigene Verteiligung ist, dass sie kaputt geschossen hat. So, da fertig. So, da geht es. Also da geht es, wie man einen Verteiligung aufgeschoben hat. So, macht den Blumen weg? Ist ja das Glutzen an. Unsere Verteidigung wird abgegriffen. Ach komm schon, ich hab so viel von diesen Scheißdingen gebaut. Könnten wir mal irgendwas tun? Unsere Verteidigung wird abgegriffen. Das gibt's doch einfach nicht. Ich baue ohne... Muss ich gleich wieder laden. Unsere Verteidigung wird abgegriffen. Ach komm schon, kann ich diese Scheißdinger mal irgendwie nicht sich gegenseitig ständig... ...gegenseitig sich selbst töten ständig. Sich ständig gegenseitig selbst töten. So, jetzt haben wir's. Ach hier noch kann nix. Ach endlich mal. Machst du auch irgendwas Produktives oder... Ach ja, hast du nur da... Ach mal, jetzt flieg doch da raus. Du kannst doch nicht mal auf die schießen. Was, das ist die falsche Einheit. Ach... Hallo... Ey, so spüren ich jetzt um nicht viel Geld noch wahnsinnig macht. Drei, nicht drei. Ach... Und dann muss ich wieder ganz nach da hinten scrollen. Was ich irgendwann gedacht hab, hey, du kannst nur scrollen, wenn du ne Karte hast. Und die kriegst du erst, wenn die... Ach komm... Meine Verteidigung schießt sie wieder selbst kaputt. Fick dich doch immer. Fick dich doch immer. Fick dich doch immer. Fick dich doch immer. Ich hab ihn noch irgendwo gebraucht. Ich hab ihn noch gebraucht. Das ist ein Grund, warum man auf der Karte scrollen kann. Auch wenn man keine Seriengewinnung hat. Ich hab ihn noch gebraucht. Hey, man sollte meinen, mit Ungeglichkeit wird es besser. Wirklich. Ich bin jetzt zu die Pär. Ich bin die Gänse nach vorne schieben. Vielleicht mehr Baugebäude, aber ich hab so wenig Platz hier. Warte mal, brauch ich dich? Ja, ich glaub ich gar nicht. Ich weiß gleich mal, was ich hab. Konstruktion ist nicht nur noch weiter. BAUFERFTIG! BAUFERFTIG! Erwinst alle neuen Auftrag! Begebe mich zur Vorstellung! Ja! Mike meldet sich zum Dienst! Begebe mich zur Vorstellung! Ha? Wo ist das Ding weg? Es ist weg! Nein, es ist weg! Ich weiß, es ist weg! So, vielleicht kann ich jetzt nicht langsam mal, ich mein, ich hab fucking Cheats aktiviert. Ich hab nicht Cheats aktiviert, ich hab nur noch Geld. Ich glaub ich den Maximalwert besetzt. Und trotzdem nachher das Spiel. Hey, ist das die letzte Mission? Was ist die letzte Mission? Hab die auch noch wieder gestartet? Ich hab die auch noch wieder gestartet. Ne, hab die auch noch wieder gestartet, glaub ich. Wenn nicht, dann spiel ich das einfach noch mal. Nein, doch vielleicht, ich weiß nicht. Ich bin dumm genug, es noch mal zu tun. So, lass das mal ab. Da ist schon wieder nicht mal, wo der genau hinschießt. Aber es ist schon mal nicht daheim, wo der Feind ist. Das ist doch voll vorbei. Hör doch mal auf, vorbei zu schießen. Oh, was ist denn? Ist das im Rahmen des... Wo schießt du denn überhaupt hin? Nein, nein, nein! Ach du, da ist... Wo ist hin? Ja. Schießt den kaputt? Ja. 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 Ja.